Und damit herzlich willkommen zurück. Ich war gerade in der Aufnahmepause, Jörg hat weitergemacht. Keine Ahnung. Wir werden gleich sehen, was alles anders ist. Aber Jörg darf das auch. Ja, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus für eine Kanalisation, aber das muss so. Jede Kanalisation sieht so aus. Könnt ihr Jörg fragen? Jörg ist professioneller Kanalisationsbauer? Ja, klar. Ja, ja. Ja. Also wenn der es nicht weiß, dann weiß es sowieso keiner. So, da kommt ein Schild hin. Jetzt kann man hier hochspringen. Ah, okay. Hier ist auch schon eine Mine. Toll, danke. Oh Gott. Tust da rein. Zack. Geronimo! Und ich werde wahrscheinlich hier trinken. Wasser dürfte übrigens gleich bei dir aus der Decke kommen, ne? Nee. Kommt es wirklich nicht? Also da. Ja, da kann es kommen. Ich dachte, du meintest jetzt hier. Ich trinke. Kommt es denn da aus der Decke oder nicht? Jetzt nicht. Echt nicht? Nee, steht auch da wieder vorgegangen. Ah, nee, es schwimmt nicht so weit. Warte, jetzt kommt es bei dir auf den Decke. Richtig? Oh, ja. Ja, ja. Ja. Das ist hier arbeiten hart am Limit, ey. Also, wie gesagt, ich war auf der anderen Seite. Ich war eben ein bisschen halt. Achso, okay. Auf jeden Fall tut es so schön, so wie es jetzt kommt, die Höhle. Wieso? Achso, ja. Ja, ja. Oh. Aua. 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 Ich rake mich schnell genug. Boah. Ich hab jedes Mal Angst, dass ich ihr ertrinke. Schön, dass der Surfer so langsam ist, dass nicht mal das Wasser schnell genug nachfließt, damit man eine endlose Quelle hat. Also eine schnelle endlose Quelle. Hier. Oh. 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 du kannst jetzt übrigens ohne angst das ding betreten du kannst den dicken langen gang nicht mehr runter fallen er ist jetzt er macht einen spaß aber erst ich habe gerade den heimlichen blick jetzt fängt er langsam an spaß zu machen jetzt ist der gang fertig jetzt kommst du ohne gefahr wieder hoch ich mag so wassertreppen natürlich das ist dann der kanalisationsausfluss gleich hätte ich gern hier auch noch gemacht aber es sollte halt nicht sein das mache ich vielleicht noch mal gucken ich habe ja noch 14 minuten war es noch 14 minuten? das geht ja nicht sooo und jetzt habe ich vergessen wasser mitzunehmen richtig gut auf jeden fall ja könntest du einmal das schild da unten bitte abbauen mhm könnte ich könntest du das schild wo? äh ja in dem wassergang doch einfach von anderem seite hoch komm nicht ich krieg's ich krieg's aber gekriegt ja und das ist jetzt unser kleiner fluchttunnel ach ich will jetzt eh kein Wasser mehr oben danke tsch 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 also das so Gangfertig. So, jetzt gefällt es mir und lass das bitte so offen, wie ich es gerade gebaut habe, ich habe es gerade so gebaut, dass das Wasser zwischendurch fließt, sozusagen. Muss ja auch schon original aussehen, ne? Do you verstehen? Können wir auch so machen. Ja, das nein. So, da durchfließt, okay. Ja, sorry. Jetzt kannst du es so lassen. Vorerst. Ja, wir müssen halt noch die ganze Scheiße richtig bauen. Äh, hab ich Cobblestone dabei, auch wenig. Können wir ja auch so machen. Ach so, so, okay. So? Warte, ich komm weg. So, ich kann doch auf wem wachsen, ne? Auf wem warte? Das kann einmal komplett außenrum von mir so wachsen. Ja, das ist ja immer so das Problem, das muss man direkt am Wasser haben. Ja. So, hier machen wir ja dann trotzdem den oder nicht? Ja, aber jetzt fließt das auch schon, das will ich doch noch nicht. Fließt doch nicht weit. Ja, aber nervig. Hast du noch Cobblestone für mich? Äh, unten alles in der Küste bei der Mine. Bei der Mine. Bei der Farmer. Shit. Aber warte mal. Du wolltest das ja eigentlich auch mal sehen, ne? Was denn? Scheiße. Wie das so jetzt funktionieren sollte. Ja, nie schon. Soll ich mal mitkommen? Ja, gleich mal zeigen. Nein, ich steck den gleich mal hoch und dann... Wo bist du? Ach, da. Warte einfach da oben. Jo, ich war da oben. Wird vielleicht nicht einfach auf, äh, bleib einfach nicht auf den Schienen stehen vielleicht. Ich stell mich in den Raum, wo du eben warst, okay? Hm. Ist da gleich eine Snack-Kiste? Ja, du kannst dich ruhig mal da davor stellen. Ich steh auf deiner Treppe, ich warte auf das Mine-Card. Du machst da irgendwie grad irgendwas? Ich glaub, du packst da Cobblestone in die Kiste. Ja, du hast grad Cobblestone in der Hand und... Jetzt hast du irgendwas gemacht. Ich bin froh, dass ich das mache. Doch, aber... Was machst du da? Augenblick noch. Was? Augenblick noch. Ja, ja, ich hab grad Zoom gedrückt und guck dir dabei zu. So, und... Da hab ich's noch mal. Jetzt entpackt das jetzt oben in der Kiste alleine. Oh, ja. Und das sogar richtig schnell. Ja, ne? Da muss ich auch mal ein bisschen... Vielfalt vom Minecraft sagen, in solchen Projekten. Also, manne, theoretisch funktioniert es. Ja, theoretisch funktioniert es. Hattest du gesagt nicht, dass hier noch... Was ist die zweite Kiste? Aber wenn du Kobbels brauchst, die werden dann gerade entladen. Ich habe alle Kobbels da rausgenommen. Okay. Haben wir Kohle. Da werden jetzt keine Kobbels mal rausgenommen. Wir haben ja nicht viel Kohle. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr mitgenommen. Also ich habe auch alle Materialien in den Wänden gelassen. Weil wir eh alles gut haben. Ja, hier gibt es ja eh nicht Diamantenversorgung. Ich bin ja eigentlich kein Verschwender, aber ich war jetzt verschwenderisch. Damit ein puckt sich ein bisschen hoch oder zwei puckt. Das ist schön. Alter, was ist das denn hier für eine Kohle? Oder halt? Und Wasser. Ach, wie viel. Das Wasser kommt durch uns. Das stelle ich jetzt ab. Drei, zwei, eins. Äh, jetzt. Das ist nämlich das, was aus Freddys Haus kommt. Ich glaube nicht das Wasser, was ich dran habe. Wenn es gleich aufhört, schon. Nochmals. Und mein Handy ist aus. Und mein Tastatür ist jetzt auf. Habe ich das Ladekabel hingefummelt? Moment, kurz Aufnahmeunterbreche. Und damit herzlich willkommen bei Minecraft Megaman zurück. Was? Äh, wir waren ja nur ganz kurz weg. Ich habe mein Handy neu angeschlossen. Jetzt auf die Uhr geguckt, wie spät es ist. Damit ich einen Timer habe. Und jetzt brauchen wir mal... Was war das? Eine Flasche. Was? Eine Flasche. Was hast du gemacht? Okay, das hat sich gerade sehr anders angehört, als das, was du gerade gemacht hast, aber okay. Oh, jetzt war gerade der Stuhl knackt. Das war gerade jedenfalls saumäßig laut. So, hilfst du mir oder nicht so? Wobei? Äh, Dingensausbauen. Wir brauchen eine scheiße Arbeit hier, ne? Was denn? Kannst du mal ein Gank machen müssen? Ne, die Höhle soll ja mit Glas. Ja, aber hier kommt jeden sauberen Absprung. Jetzt habe ich Cleanstone da hingesetzt, jetzt machen wir das so. Cleanstone? Also, bis hier hin. Wir machen das doch nicht alles aus Glas, oder? Nein, aber nicht aus Cleanstone. Wir haben die ganzen Dinge uns aus Cobblestone gemacht. Die gesamte Kanalisation ist aus Cobblestone. Zeit, dass es, äh, das nächste Absprung wird. Dann kann man einen liebenden Hosenstein nehmen. Ja, der fehlt mir nämlich auch schon ein bisschen. Wir haben acht Stück. Ich weiß. Ich weiß, wo ganz viel ist. Ich weiß aber nicht warum. Ja, das weiß ich auch nicht, das habe ich noch nie erlebt. Wie lange hat er sich da beim... Wahrscheinlich hat er irgendwie so ein bisschen rumprobiert. Und nichts hingekriegt, weil es ja alles so schwer ist. Können wir sonst eigentlich nur noch Dschungeltempel? Äh... Ist das hier eine Wasserquelle? Also nicht. Es ist auch ganz komisch, dass mit Mahl unter der Erde einfach so... Das war ja Wasservorkommen sind. Das habe ich noch nie angenommen gehabt. Das ist das... Oh... Oh... Das pick ich. Schon wieder kaputt. Ich passe mich hier mit dem Cobblestone einfach mal den natürlichen Gegebenheiten an. Und der Rest kommt dann einfach aus Glas. Ich darf heute Nacht mal nicht vergessen die Maus zu laden, sonst ist die irgendwann gar nicht mehr voll. Sorry. Ja. Gar nie mal mehr. Äh... Würdest du vielleicht... Ein bisschen... Glas machen? Kann ich nicht mehr. Das wäre verdammt cool. Das hat den Sand sogar in die Kiste getan. Ich glaube ich ja mitgebracht. Das reicht glaube ich nicht. Ich habe ja auch den Sand in die Kiste getan. Hol bitte Glasblöcke. Für das Sand sind zwölf Blöcke, das sind zwölf Scheiben. Also wir brauchen nur Blöcke, wir brauchen keine Scheiben. Der ganze Cups hier ist in Blöck-Stil geworden. Ach... Ja gut. Hol mal. Ich will eh wahrscheinlich erst brennen, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwann Blöcke haben. Doch, haben wir. Jedes Mal wenn ich... Ja? Haben wir? Doch, doch. Jedes Mal wenn ich wieder aus den Targen hochkomme hier... Ist immer doof. Jedes Mal steht so ein Glöcke. Moment... Sandzeug. Und damit dieser Part muss auch gleich zu Ende sein. 53 haben wir angefangen, ne? Wirklich, ja. Hatte ich gesagt, ja 53. Die Seite baue ich komplett zu, weil man hier eh nichts sieht. Außer ne leere Höhle. Und die ist nicht cool. Och meine Maus, ey. Gott wird das ein Segen mit dem neuen Rechner. Das wird so schön. Das wird so schön. Und hier liegt das noch. Danke. Ich muss gleich mal was trinken, ey. Ich bin noch verdursten. Wie heute den ganzen Tag über schon. Es war heute viel zu warm, ey. Ich hab ja nichts gegen ein bisschen Wärme, ne? Aber das heute war unmenschlich. Ja, so von gestern 21 oder 20 Grad, heute auch 30 Grad nachmittags. Das war schon ein bisschen heavy. Ja. Wenn das so langsam ansteigt, okay. Aber so heftig auf einmal... Rate mal leise, wer im Wollpulli die ganze Zeit rumgerannt ist. Der wär wohl. Das weiß ich noch. Der wär. Der wärartige. Der kann also so keine Sonne ab. Aber der andere Herr hat da auch immer noch ein Hemd an wie im Moment. Ja, der kann das nicht. T-Shirt, was ist das? Der hat sofort ein Schnippchen. Ja. Ist auch in Ordnung. Ich wär umgekommen im Hemd an. Ja, er hatte bis nach dem Mittag hat er die ganze Zeit sein Karohemd an. So ein Bauernhemd. Ja. Für den Bauern, den er ja auch ist. Hast du gleich mal ein bisschen was in den Ofen geschmissen und was haben wir vor? Ach. Hier oben hab ich gerade so ein bisschen was reingetan. Ich hätte nur noch Kohle reintun sollen. Eine Schmiede? Ja, da kannst du Kohleböcke mal reintun. Nee, ich hab hier bei den Netherwarzen leider den Ofen hingeschmissen gehabt. Achso, okay. Ja, stimmt. Die könnte ich auch schon wieder ernten. Ja, die wachsen extrem schnell nach. Freddy spielt Edith 2. Edith V2. Sorry. Oh, hier hinten hab ich noch gar nicht die Decke mit Cobblestone gemacht. Sorry, mein Fehler. So, jetzt muss ich hier alles vollschütten. Oh, hier hinten. Ich hab hier alles vollsichtig aus. Ich hab hier drauf in. Ich hab hier drauf in. Das ist echt gut, dass ich mir jetzt beim Rendern schon angewöhnt habe, die Parts zu benennen. Das war vorher doch deutlich schwieriger. Bist du noch da? Da, ja. Gut, gut. Ah, hier ist dunkel. Warum machst du sowas? Ja, aber ich habe den Teil mal im Auge. Wir müssen jetzt aufhören. Bis dann, tschüss. Tschüss.